So, meine Lieben, ich möchte noch ganz schnell ein Video machen vor dem Wochenende. Na gut, ich mache ja immer ein langes Wochenende. Aber ich möchte noch ganz schnell ein Video machen. Und zwar habe ich in der letzten Zeit einige Videos angeschaut über Informationen über Videos. Äh, Videos, über UFOs. Videos. Okay, über UFOs. Und zwar, ich habe euch schon mal diesen Kanal vorgestellt. Und zwar heißt der EXO-Magazin TV. Dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, Robert Fleischer. Robert Fleischer. Hat in der letzten Zeit sehr viele Interviews, alte Interviews, wieder gepostet mit diesem Mann, Ilobrand von Ludwiger. Er, Ilobrand von Ludwiger ist in der Zwischenzeit gestorben. Aber er hat jahrelang, ja ganz sehr viele Jahre, seit den 70ern wahrscheinlich, diese UFOs studiert. Oder vielmehr halt, also, ja, Dinge halt, die man, Fliegeobjekte, die man nicht erklären kann. Er hat sie wissenschaftlich, ja, äh, beobachtet. Und wissenschaftlich hat er Dinge halt niedergeschrieben. Er hat sogar Radar benutzt, um diese fliegenden Objekte zu verfolgen. Er hat das mit anderen Leuten gemacht. Zuerst war er da in einem Club von Amerika und dann hat er sich irgendwo dann selbstständig gemacht. Aber er hat da sehr viele Interviews mit ihm gemacht. In der Vergangenheit schon, ich glaube, 2000 sogar schon angefangen. 2014 und so weiter. Und es ist ja interessant, was dieser Ludwiger da zusammengetragen hat, alleine in Europa. Und nicht nur er, sondern natürlich auch die, die, ähm, mit ihm da waren. Und ich möchte, dass ihr, ja, wirklich diese Information bekommt. Und, wie gesagt, dieser Fleischer, Robert Fleischer, macht sehr viele, ähm, Sendungen, oder sehr viele Videos über das Thema UFO. Er möchte da wirklich aufklären. Es ist aber auch wichtig, dass wir erkennen, gerade bei dem Fleischer, dass er, ja, andere Motivationen hat, wie jetzt wirklich Gläubige. Er kommt aus der Esoterik und, also von der, von dem Paranormalen und verfolgt und untersucht diese Dinge eben aus dieser Richtung. Er ist nicht interessiert oder er erkennt nicht, dass diese Außerirdischen, obwohl er sie ja paranormal auch anseht, dass sie ja auch, es hat auch dieser, äh, Ludwiger gesagt, dass sie aus anderen Dimensionen kommen, also Paranormal sind. Sie wissen das, aber trotzdem versuchen sie halt Verbindung mit diesen Wesen aufzunehmen, eben weil sie daraus vielleicht esoterische Information haben wollen. Wir müssen das wissen. Aber die Information, die sie zusammentragen, diese Fakten, die sie zusammentragen, ob es jetzt dieser Ludwiger ist oder andere UFO-Forscher, wir müssen diese Information haben. Wir können nicht weiterhin, diese haben ja das gesagt, dass in Deutschland die Leute wirklich, ähm, total ignorant sind, über die Lage mit UFOs. Sie wollen da, die Deutschen wollen davon nichts wissen, die meisten. Äh, sein letztes Video, das ich angeschaut habe, das könnt ihr auch selber gucken, ja, er war da in einer Konferenz, gerade vor Weihnachten, in, in, in der, an der Universität von Stanford in Kalifornien. Da war eine UFO-Insider-Konferenz mit sehr vielen professionellen Leuten, Profitoren und so weiter. Studierte Leute, Physiker und was weiß ich alles. Und sie haben alle bestätigt, ja, dass es sowas gibt wie, äh, unerklärte Flugobjekte. Und sie meinen auch alle, sie kommen nicht von einem anderen Planeten. Und dass die Technologie unserer Technologie auf dieser Welt weit, weit, weit entwickelt, weiterentwickelt sind. Wir müssen diese Information kennen, damit wir nicht einfach dieses Thema abtun. Wieder, wie gesagt, ignorant sind. Wir haben ja vielleicht so eine Tendenz, viele, ja, Christen, sogenannte Christen, was weiß ich was, haben ja eine Tendenz, Dinge abzutun, die sie nicht kennen. Ja? Wie zum Beispiel Chemtrails. Naja, das gibt's ja nicht. Das ist ja alles, ja, Verschwörungstheorie. Nein, glaubt mir, diese UFOs sind keine Verschwörungstheorie. Sie sind Fakten. Leute sammeln schon ewiglich diese Fakten. Und es sind nicht nur, dass sie diese Flugobjekte sehen, sondern sie haben auch genügend Fakten, dass Menschen schon entführt wurden von diesen Insassen, also die Leute, die da, oder diese Wesen, die da drin waren, in diesen Flugobjekten. Also eine Verbindung zwischen Flugobjekten und auch Leute, dass Leute entführt werden. Wir haben tonnenweise Informationen. Wir brauchen nicht mehr die Augen zumachen. Und warum ist diese Information jetzt wichtig für uns Christen? Wahre Christen? Ja, ganz einfach, weil wir ja sehr viel als Christen heutzutage dieses Paranormale abtun. und dann auch gefallenen Engel abtun, Dämonen abtun und schon auch Satan abtun. Ja, weg, weg. Wir wollen damit nichts zu tun haben, wir sind aufgeklärte Leute, da haben wir nichts mit zu tun. Dem ist halt nicht der Fall. Sie sagen viele, dass diese Flugobjekte schon sehr lange gesichtet wurden. Sie haben auch da Verbindung gemacht eben mit den Göttern von den Griechen und den Römern und den Ägyptern. Dass da eine Verbindung ist, dass damals schon eben diese gefallenen Engel gekommen sind zu den Menschen und haben sie verführt. Aber heute wird es halt relevanter, weil wir halt wieder am Ende sind. Und was wissen wir von der Zeit von Noah? Von der Zeit von Noah wissen wir, dass diese gefallenen Engel herunterkamen. Wie kamen sie herunter? Mit den gleichen Technologien, die sie jetzt haben. Ja? Nicht irgendwas Hokus-Pokus-mäßiges, sondern die gleichen Technologien. Und was haben sie gemacht? Die gleichen Sachen, was sie heute machen. Immer noch weiter. Sie tun immer noch Menschen benutzen um mit ihnen Versuche zu machen. Wer weiß, was sie zur Zeit halt wieder was für Versuche sie machen. Ich habe ja schon das mal vorher gesagt, dass sie denke ich schon diese Grace, dass die halt eben Körper sind für diese geschaffen haben für die Dämonen. Ich glaube nicht, dass die Grace gefallene Engel sind, aber ich denke, dass sie gehörbar sind, also Avatars für Dämonen. Dann brauchen sie nämlich Menschen nicht benutzen. Und die machen ja diese kleine Grace, oder auch die großen machen ja diese Drecksarbeit. Die entführen dann Menschen und ja machen im Grunde die Arbeit für die gefallenen Engel, die ja eigentlich nicht unbedingt einen Körper haben, nicht einen Körper brauchen. Die können einen Körper haben, wenn sie wollen. Wir sehen das von den Engeln, dass die Engel gekommen sind mit dem Körper, dass sie ausgesehen haben wie Menschen. Das können aber gefallene Engel ganz genauso tun. Aber die Dämonen können das nicht. Sie brauchen einen Körper, deswegen gehen sie in Menschen und besessen Menschen. und wenn sie aber Körper kreieren, diese Leiber für die Dämonen, diese Grace, dann sind sie nicht mehr auf Menschen angewiesen. Das ja immer Probleme mit sich bringt. Und wir müssen das verstehen, dass da eine Verbindung ist zwischen diesen unbekannten Flugobjekten, UFOs und den gefallenen Engeln. Weil nämlich wir sehr nahe kommen, ich habe das auch schon gesagt, an die Entrückung. Und sie werden diese unsere Regierungen werden diese ja Außerirdischen benutzen, ob es jetzt wirklich die Außerirdischen sind nicht wirklich, wenn die Entrückung passiert. Wir wissen, dass die Entrückung, dass die Menschen mitgenommen wurden, weggenommen wurden von Jesus. Aber sie brauchen ein Alibi oder nicht ein Alibi, sie müssen ja dieses Ding verstecken, was da wirklich passiert ist, und sie werden das benutzen. Da brauchen sie eigentlich nicht diese Außerirdischen dazu, die Außerirdischen haben das vielleicht geplant und werden das vielleicht den Regierungen sagen, durch diese Pyramide der Macht, dass sie das sagen sollen. Aber die Regierungen kommen da schon alleine drauf. Ja, das ist doch angenehm. Wir können einfach sagen, die UFOs haben die mitgenommen. kommen. Wir haben ganz viele Leute, die entführt werden. Ja, komm her. Komm an. Komm an. Will mal wieder nicht. Will und will nicht. Meine Katze. Ja, ist sie wieder. Ja, wir müssen das halt wissen, weil sie eben das benutzen werden. Für uns ist es egal, wenn wir entrückt werden, ist es ganz egal. Dann sind wir weg. Da kann uns niemand mehr verführen. Aber die Leute, die zurückbleiben, denen wird es gesagt, damit niemand irgendwie auf Gedanken kommt, ja, die Entrückung ist ja passiert. Viele in diesen Dispension Geschichten, wie zum Beispiel Left Behind, ja, sie denken ja dann immer, ja, dann ist irgendwann, nachdem die Entrückung passiert, dann werden die Leute aufwachen, ja, und dann werden sie zum Glauben kommen. So wird es nicht sein, meine Lieben. Satan wird es nicht zulassen. Erstens mal werden es ganz wenige sein, die das merken, dass sie überhaupt aufwachen, ja, viele werden erstens mal, ja, die sind ja jetzt schon verführt und jetzt schon glauben sie nicht die Wahrheit, dann werden sie hinterher die Wahrheit auch nicht glauben, sie werden dann auch das glauben, was ihnen die Regierungen sagen. Es ist ganz einfach. Es wird ganz einfach werden, ja, aber ich möchte halt, dass vielleicht irgendwann mal die Leute doch noch vielleicht meine Videos finden und dann merken, was los ist. Es wird wahrscheinlich ganz gering sein, dass das passieren wird. Wenn die Entrückung passiert, sind die Leute in der Dunkelheit, sehr in der Dunkelheit und es braucht sehr viel, dass die Leute wirklich erkennen, was passiert ist. Sie werden weiterhin noch mehr in der Dunkelheit stecken. Hinterher kommt ja dann auch das Mahlzeichen und von daher werden die Leute unter sehr großem Druck sein. Sehr großem Druck, dass sie einfach das tun, was die Regierung sagt, dass sie auch glauben, was die Regierung sagt. Aber wir sollen das wissen, weil das ein Teil ist von den Zeichen. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, es wird so sein, wie zur Zeit von Noah, vor der Sintflut. Das werden die Zeichen sein. Viele sagen, wir wissen nicht, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich habe das schon erklärt mit diesem Dieb in der Nacht. Symbolisch ist für den Tag der Posaunen. Und er kommt nur als Dieb in der Nacht für die, die ungläubig sind. Für die nicht die fünfe töricht den Jungfrauen. Für die kommt er wie ein Dieb in der Nacht. Weil sie schlafen. Nicht wachen. Und wir müssen wachsam sein. Und er sagt, das ist ein Zeichen. Die Zeit vor Noah. Das ist das Zeichen. Und wie gesagt, was ist vor Noah passiert? Die gefallenen Engel kamen runter. Sie haben sich zu erkennen gegeben. Sie haben sogar mit den Frauen Kinder gemacht. Nacht. Und von daher wissen wir, wenn das passiert, wieder passiert, dass Jesus bald kommt. Der Tag des Herrn ist nahe, weil ihr das wieder passiert. Hatten sie damals UFOs gesehen, wie wir heute? Dann irgendwann mal haben sich diese gefallenen Engel erkennbar gemacht. Aber natürlich viele, die wollen ja das gar nicht hören. Ach nein, das ist ja erfunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es erfunden ist, wenn so viele professionelle Wissenschaftler, Professoren sich damit abgeben. und nicht nur sich damit abgeben, sondern auch eben Beweise haben, tonnenweise. Und wir wissen ja, unsere Regierung, die lügen. Sie haben das abgedeckt schon jahrelang. Sie werden uns das nicht sagen, bis es wirklich notwendig wird. Wenn es notwendig wird, dann werden sie uns das sagen. Deswegen diese Konferenz, diese in Stanford, in Universität Stanford Konferenz, das Hauptanliegen für diese Konferenz war, wie bringen wir es der Masse bei? Also, wie bringen wir es der Masse bei, dass sie nicht durchdrehen, wenn jetzt irgendwann mal herauskommt, oder wenn jetzt die Regierung endlich mal zugibt, dass es Außerirdische gibt. Das war das Hauptanliegen von dieser Konferenz. Ja, wie sage ich es meinem Kind? Ja. Und deswegen müssen wir das wissen. wir können nicht einfach sagen, nein, wir haben keine Zeichen, er kommt wie ein Lieben in der Nacht und wir schlafen halt weiter. Dann sind wir nicht dabei, bei der Entrückung, weil wir ja blind sind, wir haben ja nicht den Heiligen Geist. Aber wiederum muss ich halt dazu sagen, die Leute, die das studieren, die haben alle vielleicht nicht die gleichen Interesse wie jetzt ein wahrer Gläubiger, wie ich zum Beispiel oder wie ihr. Wir schauen diese Fakten an, um zu sagen, ja, wir sind am Ende, Jesus kommt bald, weil alles ist festgelegt schon. Und die anderen, die suchen halt, wiederum, dass sie sich mit diesen Wesen verbinden. Sie haben keine Ahnung, dass diese Wesen halt gefallene Engel sind oder Satan oder Dämonen. Sie haben keine Ahnung. Obwohl sie wissen, ja, dass sie ja im Geheimen kommen, das wissen sie, und da muss man eh aufpassen, wenn jemand da sie so geheimnisvoll immer tut. Und das sind eben diese Auserschen, sie sind geheimnisvoll, sie wollen wirklich gar nicht von uns erreicht werden. Nur bestimmte Leute haben Kontakt mit diesen gefallenen Engel. Ja? Aber was sie dann tun, dass sie Leute entführen, das ist alles in Ordnung. Das machen sie natürlich im Dunkeln. Ja, und vergesst nicht, ihr müsst immer gucken, was die Motivation ist, von diesem, von diesem, ähm, wie heißt er wieder, ich hab's vergessen, Robert Fleischer, der andere ist Dirk Polmann, die Motivation ist anders, sie sind keine Christen, ja, irgendwo sind sie schon etwas unvorsichtig und dumm, eigentlich, muss ich dazu sagen, es tut mir leid, wenn ich das fort, aber anders kann ich das nagen, ja, weil man, wenn man halt nicht erkennen will, wie gefährlich diese Wesen sind, ja, für mich ist das dumm, ja, wenn ich einfach da mit diesen in Kontakt kommen möchte, obwohl ich eigentlich keine Information über sie habe, aber ja, ich komme zum Ende, es sollte ein kurzes Video sein, damit ihr vielleicht, wenn ihr wollt, diese Information anschauen könnt, ich finde das schon interessant, weil wir müssen die Information haben, damit wir auch selber diese Information benutzen können. Nutzen für unsere Mittel, für unsere Ziele. Unsere Ziele sind, wir wollen sehen oder Zeichen sehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir wollen warnen die anderen, die nicht die Gefahr sehen wollen. Ich möchte mit diesen UFOs überhaupt nichts zu tun haben. Ja, je, nie, nie, nee. Ja, ich werde gar nichts zu tun haben wollen mit diesen Außerirdischen. Und deswegen ziehe ich diese Dinge nicht an. Ich will das nicht. Es ist genauso, ja, dass wir ja nicht wollen, dass wir Kontakt haben, ja, mit dämonischen Kräften oder jetzt mit irgendwelchen gefallenen Engeln. Wir wollen das ja nicht. Wir gehören Jesus, Jesus an. Und diese dämonischen Kräfte oder gefallenen Engel, die sind ja gegen Gott. Und halten wir uns am besten fern. Aber ich komme zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten. Geist